Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Ja, in letzter Folge sind wir mit dem Flugschiff abgestürzt und jetzt sind wir hier in so einem komischen Wald gelandet und frag mich bitte nicht, warum das so hängt. Ich kann nichts dafür. Das ist jetzt in dem Spiel hier wahrscheinlich, weil wir jetzt in dem Wald sind. Wow, neues Gebiet. Jetzt geht's mal wieder. Jetzt im Kampf. Das ist nicht gut, wenn das so passiert. Aber dann geht's jetzt so noch mal. Komm her, du Affe. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder schneller. Komisch. Das ist irgendwie... Nicht toll. So und jetzt geht's wieder auf... Also, das sind gerade mal 14 Frames im Spiel. Geht mal wieder um Kampf. Und 26, 30... Boah. Ich hoffe, was ist noch bei dem Wald so? Schau! Ey! Geht kaputt. Geht kaputt. Du besser praktisch, wenn du mich willst. Ryudo haut sie um. Sorry, die Bombe. Schnell rein in die Höhle, ey. Ja, es läuft wieder. Jetzt hat man auf Fuß schritten. ich frage mich fragt mich was ist es warum im alten teil schon hier also bei der alten pc version und bei der playstation 2 version das ist das gegangen hat hier klingt ekelhaft ihr typen ja jetzt werdet ihr gegrillt stehn mein gott Alter, bring die 4 XP. 108. Wow, da ist noch einer. Hey, bleib stehen. Ha. Ich hab dich erwischt. Oder ich. Dann macht der nicht so eine Paxen hier. Bäm. Nein. Ich hoffe, dass wir sicher hinterher sein müssen. Boah, Merix, Level 26. Das ist nice. Bäm. Nein, die. Waa. Schon wieder so ein Typ. Bäm. Zu den Typen. Oh, jetzt sind wir langsam richtig schnell mit unseren Skills. Tensei kann Slash. Bäm. Nein, du lässt das. Hey. Bleib stehen. Ah. Nein. Nein. Na auf. Du. Nein, du. Nein, 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 nein. Komm her. Oh, na super. Oh Gott, jetzt geht's ab. Das ist ja. Ja, 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 beruhigt euch. Ist okay, ist okay, ist okay. Da geht's. Viel macht das nicht, aber man kann ja mal Quake probieren. So, ihr hört bestimmt, ich habe die Musik jetzt wirklich ein bisschen leiser gemacht. Jetzt hört man die Stimme ein bisschen besser und die Musik ist schon leiser. So wie es sein sollte. Gut, da gehört man jetzt die Soundeffekte ein bisschen lauter. Aber ich habe das Spiel eh gänzlich leiser. Jawohl, Errungenschaft, Ryudo, Party of 25. Ja, weil wir jetzt alle Level 25 sind. Harik ist drüber. Bäh. Wo geht's hier überall hin, Jo? Ja, da kam's doch grad her. Hm, gesessen. Oh. Geh' ich zurück. Stopp. Moment. Das war falsch. Genau, hier geht's raus. Genau, hier geht's raus. Jetzt kommt dieser lecky, lecky Wald. Aaaaaaah, nein. Ach. Mann. Ja, weil's leckt. Gib's dir Schuld, weil's leckt. So, Aua. Schnell. Nein. Nicht alle weglaufen. Okay. Okay. Bäm. Mach die zweite... Ne, genau. Mach dir zwei die... Ja. Erlänger, du mit. Oh. Schnell, bevor er Schaden macht. Bäm. Hundertsechzehn. Das waren mehrere. Die bringen immer mehr. Oh, wir wollen den Baum da rein. Äh, wo geht's da rein? Gibt's da noch was? Ja, Geld. Boah, ich schwöre. 1200. Äh. Gibt's da noch was? Gibt's da noch so einen Schnee hier drinnen? Ne, oh, aber da kam er ja. Okay, 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 okay. Ist gut, ist gut. Oh, Mensch. Das haben die auch nicht gut optimiert, das Spiel. Oh. was ist denn das denn, fängt mal jetzt an hier, da warst du bei dem ok da geht das auf ach Sackgasse, hab ich mir schon fast gedacht dass das Sackgasse ist ok ich glaube hier geht es schon weiter Moment So, guck mal hier mal rein Ah, Mann, so schrocken ey, ey die Fischer kennen wir doch, das kann hier eins Die sehen genauso aus, und die heißen anders Ok, ja das ist auch besonders geholfen, äh ne war es auch nicht so überraschend Please, release your fury, oh oh Our drummer schon I pray that we shall be safe at home Boah, 11.000 Doch, da warst du Sackgasse in der Trille Die verbergen was Klug 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 Laut auf mit eurem klug klug Oh, Ruckus Death Starb Jupp, der ist gut So, wääh, warum wird's überall? Ja Ok, hier war die erste Gasse Dann geht's hier weiter Rechts vorher das geht Schöne wieder, Juppies Alter, seid ihr schnell Bäm Voll auf die Nuss Bäm Nein Bleib stehen Nein Jawohl Der Ruckus Death hilft Schon mehr als der andere Was liegt da für ein Sektion Noch ne Bombe Ok, wir haben uns bisschen Weg gespart Quatsch Nein Toll Ich dachte, da ist was Wird ja so sein können Achso, einmal rum Ich dachte schon, hä, wo geht's jetzt hier lang? Ist das rundherum? Uah, schon ne wieder Das lecky, lecky Wald Nein Nächst mal nicht Ich sag, das ist nur hier in dem Wald jetzt hoffentlich Ich hoffe mal, dass es nicht Uah, aua Ich weiß nicht, dass es da nicht war, dass es noch ist Ich muss mir was einfallen lassen, nicht das Spiel Kann man uns einstellen Muss ich das geringer machen Also das kleiner Genau Ja Ryudo 26 Wahn nein Nein Da liegt eine Nose Ah Blueberry Ah Hahaha Tschüss Und die jetzt gesprungen Ey Ey Weil das ist Yetis Mann Fisch Blödsinn Komm Golden Hammer Wu pepp Bäm Voll Auf die Rübe Nein! Ah, was ist denn? Siehst du, zu zweit bringt die nicht sehr viel XP. Ah! Nicht hängen bleiben! Hä? Äh! Nicht im Schnee festhängen! Oh, ist Sonnenlicht! Iiiih, seh nix mehr! Ey, das sind Bäume, die versperren Weg! Oh Gott, das ist so grell! Was stand da grad? Garden of Dreams? Eieiei! So blitz grelles Licht hier! Looks like we've got ourselves pretty lost! The fog is so thick! Is this really the right road? Does it really matter? Wait a second! Ah, there is no smell of life in this place! Weiss! Kein Gehör auf Leben! Aber hier sind Blumen! Oh, der Nebel lichtet sich! Why do flowers bloom in such a cold and barren place? Geister? Hey, was macht ihr? Who are you? This is my garden! Geister von Grandia 1! Geister von Grandia 1! Was are they perhaps? Yes, my eyes were bad ever since I was born! But I'm fine now! Thanks to Grandias, I can't see everything now! So I'm not lonely any longer! Unsere Schritte, unsere Schritte hören sich komisch an vom Ryudo! Hä? These flowers are nice enough! I guess if you're into that stuff! Not my style! Haha, Ryudo! Meine Meinung! That's cause you're not trying to see! You're trying to be someone you're not! Warm your heart! Like these ones! Ja, Geister von der 1! Miss, I thought you would understand how good this place is! What do you mean? Don't you understand? Then you should ask the girl with the black wings! Black wings? Anyway, keep this place a secret! Promise? Miss, don't eat me! Eh? Was? Miss, don't eat me! Miss, you don't eat me? What's with that girl? Eh... Oh well, let's go on! Let's go on! Jetzt nicht! Huch! Jetzt ist ein Weg offen da drüben! Ach ne, von der Kammer ja! Ne, äh... Ei, 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 ei! Huh? Now, where are we? Ich will grad sagen, in einem anderen Viertel, gell? Irgendwie... Hey, that little girl entered her garden! Where did they go? Huh? Der ist weg! Could it have been a dream? Hä? Hey, da ist ne Kiste versteckt! Ice Fang, Stone, Arctic Cape, Ice Pig! Das ist ein Ice Pig! Eine Rüstung, oder? Oh ja, das ist ein... Ähm... Ein Messer für Rowan! Was können wir noch nehmen? Ein Arctic Cape! Achso, Level 3 der Blizzard! Eis! Okay! Äh... Hä, kamen wir nicht grade von da? Hä? Hey, ist der Weg offen! To East Silesia! Äh... 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 Miromo Village! Ah, es kommt die Stadt mit der coolen Musik! Hört mal hin! Ja, hört mal hin! Wollte ich grad sagen! Oh! The sister has arrived! I am so glad! Now the village is saved! Chief! Chief! The sister has arrived! She is here! Hä? Are they speaking of me? Hä? What's going on here? What's going on here? So you've finally come! Oh village! Please! I beg of you! Save us! You've lost me, Chief! I don't think any of us put in weekend reservations here! Hä? Wait! So you haven't come to save this village? I thought for sure they'll be here by now! What does this mean for us? Good question! What's going on here? These things shouldn't be spoken of in this place! Please come to my home! You see strange things have been happening here in this village! Villagers have been suddenly falling asleep! At first we thought it was just fast fatigue, but they keep sleeping days and days at a time! And you do not believe that they are merely unwell? Hä? I wish it were so, but they're not! To be blunt I believe it is some kind of curse! A curse? What leads you to believe this? Was is a curse? A curse? Nee! Äh... Äh... Keine Ahnung! Okay Leute! Machen wir mal während des Gespräches mal einen Cut! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Also dann, bis zum nächsten Mal!